Yo Leute was geht ab, herzlich willkommen zur mittlerweile schon siebten Folge von Minecraft schnell und einfach. Heute werde ich euch zeigen wie man in Minecraft handeln kann und was das ganze euch überhaupt bringt und damit wünsche ich euch viel Spaß. Das Handeln ist in Minecraft eine Spielmechanik die es dem Spieler ermöglicht an sehr gute und auch sehr seltene Items zu kommen, indem man eben mit Dorfbewohnern oder auch mit Nomadenhändlern Items tauscht. Man hat so nämlich die Möglichkeit an zum Beispiel verzauberte Diamantwerkzeuge oder verzauberte Diamantrüstung und Waffen zu kommen, verzauberte Bücher zu bekommen, Schatzkarten die einen zu Waldanwesen führen zum Beispiel. Da gibt es auch Sätteln, Namensschilder, Erfahrungsfläschchen und das sind halt alles Items die sehr nützlich sind und sehr sinnvoll und die man normalerweise halt nur schwierig bekommt oder eben gar nicht. Wie zum Beispiel diese Schatzkarten oder auch wie die Erfahrungsfläschchen, die kann man halt sonst im Spiel gar nicht bekommen, sondern eben nur durch das Handeln. Es gibt insgesamt 13 verschiedene Berufe die ein Dorfbewohner erlernen kann. Und der erlernte Beruf richtet sich dann immer nach dem sogenannten Workstation Block. Das sind also Blöcke, mit denen die Dorfbewohner quasi arbeiten können und ihre Arbeit halt verrichten können. Und wenn man eben einen davon in der Nähe von einem arbeitslosen Villager quasi platziert, dann erlernt er eben diesen Beruf. Und die Berufe sind eben sehr wichtig, denn die Berufe sagen quasi voraus, was für Items angeboten werden. Und das bedeutet, dass jetzt zum Beispiel ein Bibliothekar, der eben ein Lack Turntable als Workstation Block hat, der verkauft eben bestimmte Items und kauft auch bestimmte Items und dementsprechend könnt ihr halt so quasi schon mal steuern, was für Dinge ihr denn bei diesen Villagern jeweils ertauschen könnt. Und beim Bibliothekar ist es zum Beispiel so, dass er eben verzauberte Bücher und Bücherregale zum Beispiel verkaufen möchte und dafür eben meistens Papier und normale Bücher einkauft. Das macht natürlich alles Sinn, wenn man darüber nachdenkt, Bibliothekar, klar, Papier und Bücher will der haben und dafür verkauft er eben verzauberte Bücher und Bücherregale. Und genauso funktioniert das dann auch mit den ganzen anderen Berufen. Zum Beispiel haben wir dann noch den Waffenschmied, der verkauft eben Schwerter, was ja auch Sinn macht und möchte dafür Kohle kaufen. Und dann gibt es noch zum Beispiel den Farmer, der möchte dann vor allem Nahrungsmittel tauschen. Der Fischer möchte vor allem Angeln tauschen und auch Fische. Und die Angel können natürlich auch verzaubert sein. Dann gibt es den Fleischer, der möchte natürlich Fleisch handeln. Dann gibt es die Geistlichen, die zum Beispiel Closed und eben auch diese Erfahrungsfläschchen tauschen, was natürlich ziemlich nice ist, weil die Erfahrungsfläschchen, wie gesagt, die kriegt man halt sonst im Spiel gar nicht. Dann gibt es noch den Gerber, der möchte alles Mögliche mit Leder tauschen und kaufen und halt mit Leder handeln. Dann gibt es den Grobschmied, der eben verzauberte Werkzeuge zum Beispiel tauschen kann oder eben Werkzeuge insgesamt. Der Kartograf, der möchte eben Schatzkarten zum Beispiel zu Ozeantempeln oder eben zu Waldanwesen verkaufen, was natürlich auch super einfach ist, die dann zu benutzen, anstatt halt in der Welt rumzulaufen, bis man mal irgendwann ein Waldanwesen durch Zufall findet. Sondern hier hat man halt direkt eine Karte und kann dann halt mehr oder weniger einfach hinlaufen. Dann gibt es noch den Maurer, der verkauft Keramik und auch Quarz, was natürlich auch eine coole Sache ist. Der Panzermacher verkauft Rüstung und auch verzauberte Rüstung, was natürlich auch richtig gut sein kann, wenn die Verzauberungen eben dementsprechend gut sind. Der Pfeilmacher, der verkauft dann getränkte Pfeile, was auch eine coole Sache ist und eben auch verzauberte Armbrüste und Bögen, die ihr euch da tauschen könnt. Und dann gibt es noch den Schäfer, der verkauft bunte Wolle und Banner und auch Betten, was nicht so nice ist, aber ja, immerhin, ne, ja. Items, die jetzt jeder Villager haben möchte, sind die Smaragde. Das ist quasi die Währung der Villager, also quasi das Villager-Geld, wenn man so möchte. Und damit kann man eigentlich bei jedem Villager einkaufen und die allermeisten Villager verkaufen auch Smaragde für halt irgendwas, was einfach zu bekommen ist. Das bedeutet, beim Bibliothekar zum Beispiel, der verkauft meistens für Blatt Papier eben Smaragde und so, habt ihr halt die Möglichkeit, mit relativ einfachen Items eben Smaragde zu ertauschen. Das bedeutet, wenn ihr halt zum Beispiel eine große Zuckerrohr-Farm habt, dann könnt ihr natürlich super viele Smaragde kaufen und mit den Smaragden könnt ihr dann weiter handeln und euch eben andere Sachen kaufen bei anderen Villagern oder halt eben die besseren Sachen, die halt ein bisschen teurer sind. Und um jetzt mit einem Villager richtig handeln zu können, müsst ihr einfach auf ihn zulaufen und die dann quasi anlabern mit Rechtsklick. Dann öffnet ihr nämlich das Tauschmenü und in diesem Tauschmenü könnt ihr dann eben handeln. In dem Tauschmenü könnt ihr dann nämlich zum einen die Items sehen, die der Villager anbietet und die, die er nachfragt. Das bedeutet, die, die er kaufen und einkaufen möchte. Und meistens ist es so, dass die Villager am Anfang erstmal irgendwas haben, womit man dann auch Smaragde kaufen kann. Halt wie beim Bibliothekar, wie gesagt, das Papier hat man dann meistens auch bei den anderen Villagern halt als erste Stufe. Zum Beispiel beim Farmer ist es dann oft so, dass man halt Karotten für Emeralds tauschen kann oder irgendwie Leder für Emeralds bei dem Gerber denn zum Beispiel. Und die Villager haben halt verschiedene Stufen, die könnt ihr oben sehen. Und auf Stufe 1 zum Beispiel gibt man halt oder hat man halt nicht so viel Auswahl, was die Items angeht, die man sich da kaufen kann. Und je nachdem, wie viel er mit den Leuten handelt, desto höher wird dann quasi die Erfahrungsstufe. Und für jeden Handel kriegt ihr halt so ein bisschen Erfahrungspunkte. Und wenn das Ganze halt steigt, dann kann er halt ein Level-Up haben und dann hat er die nächste Stufe so gesehen. Und dann verkauft er halt wieder andere Items und mehr Items und auch meistens eben bessere Items. Und das Ganze könnt ihr halt so lange machen, bis der Villager zum Meister ist oder zum Meister geworden ist. Und dann seht ihr oben halt nicht mehr diese Level-Anzeige, sondern der ist halt quasi auf dem Maximal-Level und hat dann dementsprechend alle Angebote, die er halt haben kann. Und wie gesagt, da sind dann meistens die letzten Angebote halt die richtig guten. Und die ersten sind halt so, ja, nicht so gut, aber halt trotzdem immer noch sehr sinnvoll. Ihr könnt allerdings nicht unendlich viele Items auf einmal mit einem Villager tauschen. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel, wie gesagt, eine riesige Zuckerrohr-Farm habt und ihr habt jetzt 500 Stacks Papier oder sowas, dann könnt ihr die nicht auf einmal einem Villager verkaufen, weil da gibt es halt so ein gewisses Limit und wenn das Limit erreicht ist, dann kann der Villager erst mal dieses Item nicht tauschen. Und das dauert dann halt eben eine Zeit einfach, bis er das wieder verfügbar macht, das Angebot. Und so lange könnt ihr dann halt mit dem einen Villager nicht tauschen. Zumindest diese eine Sache. Ihr könnt natürlich alles andere immer noch mit dem Villager tauschen oder eben mit anderen Villagern tauschen. Aber eben dieses genau eine Item bei diesem einen Villager könnt ihr dann erst mal eine Zeit lang nicht tauschen. Dann müsst ihr, wie gesagt, einfach abwarten und dann könnt ihr das auch wieder tauschen. Um das Handelssystem jetzt möglichst effizient zu nutzen, könnt ihr euch am besten eine Trading Hall bauen. Das ist im Prinzip eigentlich nur eine große Halle, wo ihr halt ganz viele kleine Zellen habt und in diesen Zellen sind dann halt Villager eingesperrt, zusammen mit dem Workstation Block davor am besten. So mache ich das immer. Weil dann könnt ihr nämlich direkt beeinflussen, welchen Beruf der Villager hat. Je nachdem, was ihr euch eben ertauschen möchtet. Zum Beispiel ist es bei mir so, dass ich halt meistens verzauberte Bücher mir ertauschen möchte. Und dementsprechend habe ich halt einen Lactantable vor den Villagern. Und dann könnt ihr halt so lange mit den tauschen, bis ihr halt alle Angebote habt. Und dann guckt ihr euch die an und wenn da irgendwas Gutes dabei ist, behaltet ihr den Villager. Und wenn das aber alles nur schlechte Angebote sind, könnt ihr halt den Villager töten. Am besten macht ihr das irgendwie mit Lava, weil wenn ihr ihn schlagt, das würden die anderen Villager nicht so toll finden und auch der Villager an sich. Und dann werden die Angebote schlechter. Also das bedeutet, wenn ihr zum Beispiel eine Diamantspitzacke für 10 Emeralds kauft, aber ihr haut dann den Villager, dann wird er böse auf euch und dann müsst ihr quasi mehr Emeralds bezahlen. Also zum Beispiel 15 für dasselbe, weil er halt eben böse auf euch ist. Das geht übrigens auch andersrum. Zum Beispiel, wenn ihr ein Dorf vor einem Überfall beschützt, dann kriegt ihr ja diesen Hero of the Village Effekt, also den Held des Dorfes Effekt. Und dann sind die Villager halt ein bisschen netter und die machen dann, die reduzieren quasi den Preis für euch. Ja, die haben dann so ein Rabattangebot quasi. Und dann könnt ihr halt die Items für weniger kaufen. Das ist auch eine ganz coole Sache. Und ja, auf jeden Fall habt ihr dann halt ganz viele von diesen Zellen in einer Trading Hall. Und dann könnt ihr halt jeweils zu den ganzen Villagern hingehen und halt handeln, bis dann nur noch gute Villagers sind mit guten Angeboten. Und dann habt ihr hier halt eben die Möglichkeit, immer mal wieder die Items, die ihr halt braucht unbedingt, irgendwie verzauberte Bücher oder so, euch wiederzuholen. Und am besten baut ihr in dieser Trading Hall dann auch direkt irgendwie einen Villager Breeder hin, damit ihr halt richtig viele Villager habt, mit denen ihr halt tauschen könnt. Ein Tutorial zum Villager Breeder habe ich übrigens letztens gemacht. Ist in der Beschreibung verlinkt. Und das war es eigentlich schon von dem ganzen Video. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und auch ein bisschen weitergeholfen. Wenn ihr noch ein Video zu der Trading Hall haben wollt, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Da mache ich auch gerne mal ein Tutorial drüber. Ansonsten, wie gesagt, wenn ihr ein bisschen geschaut habt, schreibt mal Hashtag Tauschen in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren Video. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.